Hallo Freunde, ich wollte mich mal noch zurückmelden hier. Ich habe viel hervorriert und nicht gekreut. Ich habe mir nicht so viel erzählt, weißt du? Guckt mal, wen ich euch mitgebracht habe. Was für ihr? Hallo Freunde, guck mal hier, ich will doch drauf, ein Bier. Oh, hier mittel ist ja Kartenabend. Oh, hier ist ja ein Schnaps. Ui, hör, was habt ihr noch? Oh, ich habe ein bisschen Steak verneuert, aber kühl. Oh, und du Roy? Oh, ich, ja, guck mal hier, ich habe mein Haus da mitgebracht. Ui, ui. Ah ja, Schwein, heu. Ja, auch voller Bude. Oh, mein Schwein, auch Schwein. Wen habt ihr hier mitgebracht? Mit der Eierbirne? Ja, mit der Hasse dem Haus. Oh, und sagt der Arzt, noch ein was? Ja, ich habe mein Haus. Ja, aber mein, das ist ja ein Rössling, Alter. Volle Bude. Na, du wissen, ich habe keine Karten mit dem, meine Baby. Aber ich bin fertig mit mir. Ich bin fertig. Ja, nein, ich komme! Aber warum haben ich alle mitgebracht? Nein, nein, nein. Du hast mich mitgebracht, ich bin geküpt. Hier bin ich Flüssig. Nein, 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 nein. forever, noch zu mir. Ja, sicher. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.